so hallo und da sind wir wieder Leute ja im letzten Part haben wir den großen Bären besiegt er hat das Sternzeichen ist dann weg das waren wohl die leichten Level noch ja was kommt jetzt ein Mammut Bäume, Tannen vielleicht eine Eiswelt wir werden es sehen Start Level was kommt jetzt ja Eis ok der Schnee ist tief man kann hier kommen laufen wie das bist du auch nein das ganze noch ein Schnee hey komm zurück die Fischer hauen ab der Tipp kommt jetzt früh also bei einer Sammeln und Kombos und verdoppelte bitte Skars also Spiel Prozent und was ist das hier oben egal ja genau wow das ist aber sehr gesund aus der Pils und die auch Mann ey das ist alles das gleiche nur auf alter kommen die Fischer kommen die jetzt echt aus dem Boden die Fischer ja und die Fliegen brauchen zwei Treffer die brauchen drei Treffer ja ach ist das schön oh mein Gott das ist ja schön nein komm spring spring doch einfach ha 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 das macht echt Spaß den dreckigen Camper ausschalten eisdopfen oh das war knapp oh das war schon ein Bonus okay haben wir das schon mal geschafft hier dann hier hoch ja weiter geht's die Musik ist ich bin so dumm es ist doch so leicht zu beschauen die sind echt noch mehr viel geworden die Fischer auch die wachsen neu ist das voll realistisch ein eingefrorener Hase von uns ja und ich ach wie schön nein ich bin so ein ich bin so ein Noob Gamer ich bin so ein Noob und ich bin so ein Noob ein auf die Punkte muss die Morden komm doch schlecht ok nun mal runter und dann um ich will den Geheimgang nehmen mein Freund und sonst schrei ich Fluche und ich will nicht fluchen nein und nochmal ha geschafft und wie alles lohnt sich jetzt nicht ich merke mir gleich durchrennen oh mein Gott Eis ich hasse Eis Eis ist immer schlecht im Videospielen oh ich hab's getötet mein Gott ich bin so ein Mörder gut gut er ist es gehen wo nein Drecksvieh ja lass mich doch oh die vier sind so scheiße ey ja da Schottgarten nicht nur ein er braucht nur Munition stimmt sogar nein ich Idiot ok das ist vor nichts zu uns eine schöne große gehe ich erst mal schnell hier lang egal oh mein Gott was ist das oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott was bist du alter Hilfe Hilfe oh mein Gott das hat mir echt Angst gemacht gerade Hilfe krankes Spiel und so alter was war das denn für ein Drecksvieh um die mir Angst er hat sich nicht gesehen nein ich bin die Tarnsie war verdammt gut muss ich kommen zu ihm auch Gott war schlecht ich bin unter dem Weg mal kurz weil ich möchte mal was anderes noch gucken Prozent nämlich ob ich lebend sind oder sowas in der Art ich habe hier gerade ziemlich alles verloren was ich fand aber genau das würde ich machen denn von den Punkten kann ich mir nochmals bohren wenn ich jetzt sie gleich verwecken okay Sporning Zone ja doch die Scheiße was kommt jetzt ich will nicht ich will nicht aber im Sponti gar nichts das soll ich denn hier machen mit der Schöne oh nein bitte nicht oh nein bitte nicht oh nein bitte nicht oh nein oh nein und ich wette es geht auf Zeit das ist traurig komm lauf lauf vor Ort wo ich ist echt ätzend also ich hoffe es geht auf Zeit weil sonst er sich hat um den können die Fische nein 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 ich bin genug Gäme und es geht sich noch Zeit okay ich hoffe es ist was aufgegangen ich glaube ich was hat bleibt mir fern ich gebiete euch, lasst mich in Ruhe ich will euch nicht sehen ihr seid eine Plage selbst jesus hast euch lasst mich in Ruhe meine Freunde weil ihr seid meine Freunde du bist mein Freund und du bist diese größenwahnsinnigen auch mein Gott, ich hab' geschafft egal ach Gott auch Gott eine sehr nette Abwechslung nicht überhaupt gar nicht ja, Level geschafft mit nur 1 Fail auch in einer Minute 20 ist er leicht ist er überhaupt gar nicht mehr ja, und das zweite Eislevel und direkt rein ach Gott, das kann was werden ja, es lädt ja, eingefroren mit Totenköpfe ist klar oh, ich hasse diese Fischer unter den Eimern diese dreckigen Camper diese geschissenden Camper Mann ey, ihr seid so schwul, Leute ist euch klar, oder? oh, ich wette es ist gar nicht gut dass ich runtergehe wow ach, wie schön Trampolin-Effekt, ja noch nicht die Fischer nein, nicht den Screen verlassen ach, gerettet das Wagnis ist geschafft ja, Mann nein, 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 nein nein, nein, nein nein böses Spiel alter, ich springe ich bin gesprungen lass mich in Ruhe, alter die Fischer nerven echt man kann die nicht betäuben man kann sie nicht betäuben oh mein Gott das ist jetzt wirklich schon langsam Horrorshooter so Left 4 Dead-mäßig für die Saison ja, das ist auf jeden Fall Left 4 Dead-Tier aber zur Folge ist mit denen dich habe ich gesehen, mein dich habe ich gesehen, wie der E- ihr könnt mich auch nicht immer verarschen oh, nein, nein, nein ah, sieg ja, und ich entschuldige mich mal gerade dafür, wenn ich mal dieses Atemgeräusch mache okay ach, das sind echt schöne mit den Statuen, das ist echt wie geht es denn? egal, egal, das ist mir jetzt egal warum warum denn? äh, nein, nein, nein ach, nein ich dachte, es kommt ein großes Fehl ja, leg die Gegner auf Zeit oh mein Gott oh Gott Alter, es ist ätzend also einfach die Gegner werden überleben das gab's noch nicht, es ist total neue Erfindungen im Spiel okay, es geht eigentlich nein, das war's wert nicht auch geschafft na, 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 na also wenn es diese großen Fischer gespawnt gespawnt gespawnt, muss ich sagen ach, wie schön äh die Bronze-Rüstung von Geralt okay, also man kann mit Klicken ein Eisschild generieren um, ach, um Projektile zu stoppen ah ah ach, so ja, okay ach, ich bin so dumm ey ach, stimmt, ihr braucht jetzt zwei Treffer ihr seid ja extravagant wie lange hält denn die Scheiße ich werde sie genau sie gibt mich genau jetzt weg ich komme nicht rein es war ein Versuch wert ja, hm, das war ein Versuch wert ich gehe den Schalter hier weg okay, es geht sogar ah, ich bin dumm okay, dann sage ich jetzt mal kurz aber wie der Tsi, ach nee, ich mach den Paar zu Ende komm ach, Gott sei Dank ich hoffe, ich schaffe den Paar, das noch in drei Minuten na, ich glaube eher nicht ah, nee, das war dumm das war jetzt unnötig, das zu machen ach, Gott was bist du? du hast es, du hast es geschafft, durch Big Billy ha, ich wusste immer, dass er nutzlos ist seine Fallen sind old und alt und primitiv jetzt lass zeige ich dir was eine echte Herausforderung ist oh mein Gott, hat er einen großen Kopf ja, die Musik wieder ihr müsst echt auf achten, die Musik und dann die Musik äh, kann man schaffen überhaupt ne, kann man nicht man muss hier stehen, ist ja interessant ach, ich weiß ah, ist ja schlecht oh, hat es klappt ok, da kommt gar nichts, wie interessant ah, man, ich bin so dumm ok, ich bin so dumm ich bin so dumm ach, ok, klar ja, mir ist egal, ich glaube, ich glaube, ich gerade etwas verpasst oder auch nee, 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 du kommst mir nicht ins Service nicht für meine Tochter nein alter die Fischer nerven weil sie das gleiche sind, nur nochmal in stärker oh, Gott meine mangelnden Jumping Skills verbocken mir das Ganze Level oh, geschafft, Gott Goil ah, super bleib weg, bleib mir weg da hat es Feuer gebracht jetzt nein wie schlecht okay, er macht einen Spam und dann ja, schön ach, das geht auch, ja oh, mein Gott, ich muss Schluss machen nein ach, Mann, 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 Mann nein vor allem ich sterbe jetzt nicht, ich sterbe jetzt nicht ich sterbe jetzt nicht oh, mein Gott, ich muss den Part bänden tschüss Leute tschüss Leute tschüss Leute